Okay. Extraktion? Was ist hier los? Wie ex... Was? Warum hab ich bloß eingezogen? Da hat der Andres hier. Ey, hier ist die Spinne drinnen, Alter. Hier ist die Spinne drinnen. Warum ist das so klar? Rein mit dir. Dass er dich zuerst beißt. Ich weiß nicht. Über dir! Wieso bin ich draußen, Alter? Die hat mich durch den Fußboden gedrückt. Ja, die Säcker, wie die auf einmal hinter uns waren. Hinter mir war bloß eine. Ja. Ja, dann. Ja, ja. Guck, guck. Ah, okay. So siehst du aus. Gut. Muss ich mir merken. Nicht, dass du wieder unter die Räder kommst. Ja, genau. Machen wir gleich den hier vorne, oder? Ja. Jetzt haben wir das Andere genommen. Mhm. Also jetzt müssen wir... Ich nehme den hinteren, ne? Ja, okay. Extraktion, was ist hier los? Wie ex... Was? Stimmt grad was von Extraktion? In 20 Sekunden? Keine Ahnung. Warum ist es... Da, Jäger! Jäger! Jäger, vor dir! Da ist er. Wollen wir bloß eingeziehen. Da, der Andere ist hier. Kassen? Ja. So, der Andere ist reingerannt, glaub ich. Na ja, der holt sich den Punkt. Äh... Ich leiere auf, oder? Äh... Oder nee, lass uns. Also vor. Die Pistole hat sich schon bezahlt gemacht. Die Tür ist zu. Irgendwo so mit der Tür. Da hinter mir, oder wo bist du? Ich bin hier an der Äcker. Ich seh dich, ich komm zu dir. Wo ist der hin? Ich glaub, der hat sich verpisst. Ist der Punkt schon abgeholt? Nee, der Punkt ist da drüben. Dann kann's gut sein, dass er auf uns wartet. Wir hätten den anderen Verbrenner sein. Ja, warte, ich mach mal die Tür auf. Ey, hier ist die Spinne drinnen, Alter. Hier ist die Spinne drinnen. Ja, wenn wir es uns doch klappen. Rein mit dir. Dass er dich zuerst beißt. Machst du zu? Ja. Ja. Pass auf, sie kommt hinter dir. Boah. Muss ich mir kurz noch einen holen? Ja. Cool, du hast kein Medikit. Wo ist das Schwein? Mann, du Dreckspinner. Alter. Boah. Ich verkiffte die Ratte. Was ist das? Ich seh sie nicht. Sie ist auch nicht. Die wieder nach oben. Boah, fuck, die haben mich vergessen. Schnell, hilf mal. Bist du tot? Was ist das? 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 Über dir! Wieso bin ich draußen, Alter? Die hat mich durch den Fußboden gedrückt. Bist ins Loch gefallen. Ach, shit. Vergiftet, ich sehe nichts. Jetzt halbtot. Mist. Jetzt muss ich da wieder rein. Fie dich. Du weißt, wir draußen auch auf die Jäger, ne? Mhm. Wo ist das Drecksvieh? Mann, sonst war die doch nie so ein Problem. Du siehst ja schon wieder da, oder? Ja. Ja. Da ist sich fast nichts mehr vergiftet. Ey, wo kommt denn das nur her? Das Drecksvieh, das ehländige. Jetzt hat mich schon wieder vergiftet, das Drecksvieh. Ja. Ist die oben? Ja, aber ich... Ah! Okay, jetzt rennt immer die scheiß Tiefdäger zu. Kommen wir da hoch? Gar nicht. Ja. So, ich hab der Bar auf den Pelz gebrannt. Nein, das war jetzt nur so lange nicht. Wo? Oben. Glauben wir noch. Schlaf nach. Boah. Boah. Ey, ich bin gleich hinüber. Boah. Da drüben nicht. Käm her zu mir, da ist Milikit. Oh, Thomas. Oh, fuck. Ich hab den durchgewischt. Ich hab den weg gemacht. Bist du wieder auf den Bein? Ja. Sag, wo war das Milikit? Was? Na ja, lass uns erst die scheiß Spinner umkriegen. Die brauchen nicht mehr viel. Ich hab den weg, Leute. Ach so. Ich hab den weg gemacht. Ich hab den weg gemacht. Sie ist im Arsch, oder? Nein, einen Schuss brauchst du noch. Ach doch, ja, aber sie hat mich noch mal vergiftet, offentlich. Oh, ihr schießt einer durchs Unterholz. Was? Hey, mich hat einer durch eine Feuerbombe umgebracht. Scheiße, ich brenne runter, Alter. Schnell, sonst bin ich hinüber. Jawohl. Gut. Ach, shit. Ach, Mann. Das war wohl heute ein Drecksladen hier. Vor allen Dingen dachte ich, die war schon tot. Die hatte doch keine Lebensanzeige mehr gehabt. Ja, aber die hat doch dann noch so einen letzten Boost. Mhm. Ja, dann hat die mich umgerannt. Und dann vergiftet und dann gaben die Feuerbombe. Was? Mhm. 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 Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.